ja halli hallo alle willkommen zurück zu Let's play the Vixxel Witcher so haben wir noch plötzige... da kommt wieder so Cockart-Dingsbums raus von übergegen ich keine Chance habe na da muss ich mir was anderes überlegen zumal hier was ist das? Steingolem, da müssen wir hin das haben wir für eine Quest gerade verfolgen der mysteriöse Turm, die verfolgen wir da muss ich zum Dings... okay aber ich brauche noch zwei würde ich sagen das ist eine schlechte Idee glaube ich da durchzugehen aber auf dem W... das ist aber der direkte Weg da durchzugehen mir bleibt nichts anderes übrig Feuerstelle, Leichnam, unbekanntes Kraut ich meine wenn ich auf ein paar Dings... da haben wir Pylonen, Pylonen, Golan... okay, hier muss ich hin was muss ich hier noch tun? hopp! leck doch noch mehr so... Inventar, dem kann ich nichts geben, okay die Pylonen kann ich aktivieren, ne? werden wir aber leider nichts bringen und die Energie 2 gehen wieder aus ja, das ist ein gutes Rätsel aber mir fehlen noch zwei von diesen Seephirofen, ne? Lagerfeuer... guck mal... ah, da sind die Obelisken sind angezeichnet, okay dann gehen wir grad mal in diese Richtung kann ich das markieren? Verfolgung beendet, okay scheiße aber wenn ich in diese Richtung laufe dann komme ich glaube ich irgendwann ganz richtig raus da, ich sehe ihn doch schon Ketzer Obelisk aha ich laufe einfach weiter ah, da haben wir den Blattzicker mir egal, stirb! aha du kannst mir gar nichts ah du bist ein hässliches Viech ganz hässlich aha hab ich dir schon gesagt, dass du hässlich bist? immer einen nach dem anderen werde ich am Arsch machen und ich besonders okay oh fuck kommt noch einer na super ja bin bereit gegen euch zu kämpfen aha aha wow den hat's hart erwischt was mit dir? Beriste gibt's keine Feuerstelle haben wir hier ich wollte eigentlich zu dem jetzt komm jetzt muss ich ja mir erst nur ein bisschen Tafelwasser reinziehen na aber den Ertrunkenen den können wir uns holen du bist kein Problem für mich komm mal so dann können wir in den da der richtige Gegenstand reinlegen und dann geht er ab bui aha so Jägerleichnam haben wir hier einen Nährigen die Soldatenfusel und da haben wir noch so einen Leichnam oh den können wir aber nicht einkriegen da kommen ein Trunkener und ein Trunkener Toten und eine Feuerstelle drei mhm macht mir nichts mhm mhm so tschüss da spritzt das Blut ne äh mich muss zum nächsten den haben wir erledigt achso eingestützter Turm da haben wir den Obelisken haben wir erledigt muss jetzt genau in die andere Richtung oder ne ich muss jetzt in die Richtung dann komm ich zum nächsten Obelisk ne eher in die Richtung Ertrunkener Total können wir alle besiegen das ist für mich kein Problem Marschland da haben wir dann Kokomack Obelisk ah guck mal oh da kommen Wölfe so dann legen wir das da guck mal Führer aha so dann haben wir den auch oh da ist da ist noch etwas weiter raus aber die Wölfe dürften kein Problem sein dann geht's halt ab durch den Sumpf dann machen wir hier halt mal alles da ist ein Druide gibt's auch noch ein wir werden oh aber das sind liebe was wo bin ich hier hey so halt die Fresse Wolf tut mir leid ich will ich will hier keine Unruhe reinbringen da haben wir Javin noch mehr Druiden oh Gott das sieht hier aber wunderschön aus da ist der Obelisk ja gehen wir jetzt mal aus dem Weg hier ich hab wichtigeres zu erledigen oh da fehlt mir noch der der Sephirah okay oder Druide aha ein lieber Wolf das Irrenzeichen oh mein Gott hier kriegen wir alle Zeichen das ist wunderschön hier wunderschön hey Javin Willkommen im Heim der Druiden hallo seid gegrüßt ich komme her wenn ich nachdenken muss es ist zufrieden dass ich das zu Hause finden werde das ich nie hatte aha eine Sarkasmus offenbar oh ein Elfenzyk oh Gott Gott naja wenn man so lange unter Menschen lebt wird man ihnen ähnlicher als einem Lieber aha sprecht ihr aus Erfahrung ja ich bin Gerard mein Name ist Javin Javin na gut ich glaube den kennen wir auch noch äh alles wir beten unter den Bord für ein Bett aus für das aha aha tschüss ja äh ich aha die kennt mich hallo weißer Wolf heißt das ich weiß es alter okay das muss ich verzensieren wieder oh scheiße mhm 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 doch die sind in weiter Ferne ja 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 mhm 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 aber wie lange können wir der rohen Gewalt trotz der Menschen zu den Herren der Welt gemacht hat ok aha ja warum schließt ihr ha 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 aha aha hab ich doch schon das ist traurig hey Gwinblade was heißt das was macht das ist ein Geheimnis aha lebt ok äh Feuerstelle Korb kriege ich einen Korb von der alte Lichtung hallo so wo sind wir denn jetzt hier ich höre mal Kreis der Elemente oh schön Spieler da haben wir den Obelisken und da haben wir den anderen Obelisken ja wir haben hier noch viel unentdeckt das fällt mir gerade so auf das Spiel ist umfangreicher als ich dann zu Anfang gedacht habe aber sehr geil hier haben wir Holzfäller eine Feuerstelle Jahr und Bolt mehrfache Feuerstellen ganz viele und mit dem können wir reden hallo so er sei Gerald der Hex mal sie und ihr jahren äh äh nein wir verscheuchen sprechen ja witzbold alter arbeitet ihr für eure eigene wir arbeiten unabhängig ihr sei ja wie ist angesehen mhm ja ich will eigentlich ich bin ich bin gar nicht bestätigt so war die du ich so immer super äh ne ich will ich will echt nix damit zu tun haben ich habe im Moment genügend neben Missionen aber ich bin Hexer ja okay ich will mir gerade echt nix holen ich kann es mir ja vormerken dann bin ich jetzt vorbeigelaufen wo muss er doch sein ja und Bolt hä hier muss irgendwo der der Dings sein Lagerfeuer Lichtung Spieler Spieler Feuerstelle unbekanntes Kraut da ich sehe ihn dann setzen wir mal alles da ein ne und würde ich sagen beenden wir schon wieder an dieser Stelle die Folge aha wie viel haben wir denn jetzt noch 1,2,3,4 haben wir jetzt noch okay dann würde ich sagen beende ich an dieser Stelle die Folge wir sehen uns in der nächsten Folge wieder lass einen Daumen hoch da abonnieren nicht vergessen tschüss mit dir und tschau